Herzlich Willkommen zu einem kleinen Tipps Video zu Dead by Daylight. Und zwar beim Alien Chapter, da gibt es eine geheime Kammer, die ihr folgendermaßen erreichen könnt. Wenn ihr euch im Außenbereich bewegt, das sieht natürlich immer ein bisschen anders aus, je nachdem wo die Generatoren stehen, da ist, wie ihr hier links schon sehen könnt, ein toter Typ. Wenn ihr nichts in der Hand habt, das ist ganz wichtig, könnt ihr die Karte dort nehmen und wenn ihr die Karte dann mitgenommen habt, dann müsst ihr innen einen geheimen Raum finden bzw. davor einen Teil finden. Und zwar, ich lasse das jetzt einfach mal kurz weiterlaufen, das Problem war, dass der Killer jetzt gerade in der Nähe war und wir dementsprechend nicht zu dem geheimen Raum hinkommen konnten. Ich kann euch allerdings schon mal eins vorwegnehmen, in dem geheimen Raum werdet ihr sozusagen eine alte Bekannte finden, wenn man so möchte, nämlich wer sich mit Alien auskennt, es ist die Mutter. So, dann müsst ihr einfach nur diesen Raum finden, wo das hier so rund ist in der Mitte, wo man sich hinsetzen kann, glaube ich. Und dann gibt es hier diesen Apparat. Man kann es jetzt leider hier nicht sehen, weil ich nicht selber gespielt habe. Ich habe es leider kein Glück gehabt, aber es kommt so eine Kombination aus Pfeilen sozusagen. Und da müsst ihr dann mit den Pfeiltasten eingeben, links, nach unten, nach oben und nach rechts. Und wenn ihr das dann richtig eingegeben habt, dann könnt ihr euch nach rechts drehen. Es kommt, glaube ich, noch so ein Bestätigungston. Dann seht ihr, wie die Tür so ein bisschen am flackern ist. Einen kleinen Moment warten. Und dann kommt ihr in die Geheimkammer rein. Da gibt es übrigens immer in dieser Box, die ihr hier sehen könnt, immer ein lilanes Item. Da hinten ist Mutter. Da musste man uns dann nochmal drauf aufmerksam machen. Und ja, wie gesagt, in der Box ist immer ein lilanes Item. In dem Fall war es, glaube ich, eine lilane Taschenlampe. Viel Spaß beim selber ausprobieren und bis zum nächsten Video. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.